Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Schalke Inside zu den S04 News. Eigentlich gar nicht so viel los auf Schalke, trotzdem gibt es einiges zu berichten, denn Dimitrios Gramozis lobt Ralf Fährmann nach seiner Degradierung. Denn mit der Entscheidung Ralf Fährmann auf die Bank zu setzen, hat sich ja Schalke Trainer Gramozis zunächst sicherlich nicht nur Freunde gemacht. Ein paar Wochen später kann man jetzt sagen, anscheinend hat er trotzdem alles richtig gemacht. Denn mit Martin Freisel im Torkass ist der Königsblau bislang tatsächlich keinen einzigen Gegentreffer und gewann außerdem auch noch alle Partien. Natürlich ist das jetzt schwer zu beurteilen, ob das mit Ralf Fährmann nicht so gewesen wäre, aber am Ende gibt die halt der Erfolg immer recht. Und auch Fährmann scheint die Rolle als Keeper Nummer 2 wohl mittlerweile auch angenommen zu haben. Man hat ja schon gemerkt, gegen Hansa Rostock wirkte er nicht so wirklich gut gelaunt, was ja auch logisch war. Aber die letzten zwei Spiele sah das dann schon wieder etwas besser aus. Und dazu sagt er auch Gramozis, in Hannover hat er mit den Jungs so gefeiert, als wenn er selbst gespielt hätte. Ralle denkt trotzdem an der Enttäuschung an die Mannschaft, das zeigt, dass die Richtung bei uns absolut stimmt. So lobte Gramozis also Fährmann gegenüber der westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und ich denke mal, und das ist auch logisch, so schnell wird sich an der Hierarchie im Tor nichts verändern. Platz 3 bei der Tabelle und auch nur drei Punkte rück, schon auf der Bällenführer St. Pauli liefern halt auch keine sportlichen Gründe, da wieder irgendwas zu ändern. Sprich, Ralf Fährmann musste die Rolle annehmen, hat es aber anscheinend auch getan. Und wenn er es unser Trainer schon sagt, ich denke mal, dann kann man das auf jeden Fall auch so mitnehmen. Und das freut mich persönlich auch, weil ich bin und bleibe großer Fan von Ralf Fährmann. Er scheint ja auch in der Mannschaft wirklich anerkannt zu sein, wenn man wirklich die Szenen sieht. Er hat anscheinend viel auch mit Simon Therode zu tun und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass Fährmann diese Rolle annimmt und diese eben auch in einer gewissen Art und Weise so gut lebt, wie er es denn nun kann. Denn auch er hat immer wieder betont, was Schaltgefühl bedeutet. Und deswegen hatte ich auch wirklich die Hoffnung, dass er dann auch wirklich versteht, dass auch eine gute Nummer 2 extrem wichtig ist für ein erfolgreiches Team. Deswegen freue ich mich darüber, wenn das Team jetzt auch nochmal kurz festhält. Und ich hoffe auch einfach, dass es da so weitergehen wird. Weiterhin natürlich viel Erfolg, Martin Freisel als unsere, ja, jetzt aktuelle Nummer 1, dass er am besten immer zu 0 spielt. Und dann frage ich euch, was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt sie gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!